Heute machen wir einen heißen Caipirinha, also quasi einen Caipirinha für den Winter. Dafür geben wir eine geachtelte Limette in unser Glas, zwei Teelöffel Rohrzucker, zerstoßen das Ganze einmal, geben sechs CL Cacassa dazu, füllen das Glas mit heißem Wasser auf, rühren einmal um, schmücken das Glas optional noch mit einer Limettenspalte und schon habt ihr das Teil. Cheers!